Ich bin Bernhard Eschbauer von der Firma Eschbauer Forst & Gartentechnik und ich möchte euch heute einmal die Husqvarna Spalt-Axt vorstellen. Wir haben bei dem Modell eine Länge von 700 mm, also 70 cm, wiegt 2300 Gramm, Gesamtgewicht 2800 Gramm, das andere ist das Kopfgewicht. Das Modell ist S2800 von der Firma Husqvarna. Die Besonderheit bei dem, das ist Glasfaser verstärkter Kunststoffstil, heißt da habt ihr nicht die Problematik wie bei den normalen Holzstille, dass es in dem Bereich das gerne lockert oder was auch oft ein Thema ist, wenn man daneben schlägt, dass man den Holzstil kaputt macht. In dem Fall haben wir da auch noch extra eine Metallverstärkung hier, wenn wir wirklich einmal daneben hauen sollten beim Spalten, dass da nicht gleich am Stil was beschädigt werden, wo die sehr robust sind von der Widerstandsfähigkeit. Ich habe auch ein Axt-Schutzkleid dabei, hier, das ist das Kunststoffteil, da kann ich die Axt aufbewahren und wenn ich es hernehme, tue ich es einfach raus. Die ist extra hier, sieht man schön vom Profil her, geht weiter auseinander, also ideal zum Spalten und ich habe das Gewicht dadurch, dass kein Holz, sondern Kunststoffstil ist, ist wirklich das Gewicht hauptsächlich vorne. Und was ich auch Vorteil habe, ich kann die auch zum Keil nehmen, wenn ich an Baum fälle oder zum Spalten mit dem Keil, weil ich hinten extra so eine Schlagfläche ausgefertigt habe. Wichtig ist, die Schlagfläche sollte man halt nur in Verbindung zum Beispiel mit dem Motorsägenkeil benutzen, also auf Holz hauen oder Alukeile kann ich natürlich auch verwenden, keine Stahlkeile, weil Stahl auf Stahl ist gefährlich, da kann was wegsplittern und da könnte euch was passieren. Also der Motorsägenkeil ist einsetzbar, den kann ich auch bedingt zum Spalten nehmen, oder halt den Keil gibt es auch als Stahlkeil, zum Spalten kann ich den auch nehmen, weil er ja einen Holzeinsatz hat, da besteht dann keine Gefahr, einen reinen Stahlkeil nicht verwenden, weil wie gesagt Stahl auf Stahl ist gefährlich. Also das ist die Husqvarna Axt, wo ihr euch damit einmal vorstellen wollt, ist eine sehr handliche Axt, wo wirklich nur ein vornees Gewicht hat, man super zum Spalten auch verwenden kann. Wenn ihr so mal Äxte oder anderes Zubehör braucht, das kriegt ihr auch alles bei uns, könnt ihr euch jederzeit anschauen, ich tue euch natürlich beraten und behilflich sein, was die ideale Axt für euren Einsatzzweck ist. Das war wieder euer Bernhard Eschbamer von der Firma Eschbamer Forst & Gartentechnik, wenn es euch gefallen hat, macht es euch gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, wenn es Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch kontaktieren. Ich bin vor und nach ein Kauf auch gerne für euch da. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.